Guten Morgen, wir starten direkt mit Frühstück heute und wie ihr seht, es bleibt bewölkt. Heute beim Frühstück zeigen wir einmal die Ballaststoffe, die man hier für Smoothie machen kann. Dazu gibt es einen leckeren Fruchtmix als Getränk und jede Menge Obst. Und auf der anderen Seite dann Antipasti, Oliven und Gemüse. Jetzt machen wir einen ganz schnellen Clubrundgang, gucken wir einmal zum Wellfit und zu Wellfit Aktiv. Da geht es dann hier lang. Hier ist dann extra Raum für Cycling und gegenüber ist der Gruppenfitnessraum. Hier ist dann die Spa-Rezeption, alles in so einem richtig schönen Petrolton. Oben geht es dann zu den Anwendungsräumen und hier unten ist dann der Pool. Wenn es draußen mal zu kalt ist, hier drin ist es auf jeden Fall angenehm warm und sehr sehr ruhig. Die Sonne kommt schon durch und da kommt auch schnell der blaue Himmel. Beim Mittagessen gibt es heute Daffee, Kokosnüsse und Kugeln. Heute gibt es sogar Spinat beim Essen. Mal gucken, was sich Maria gibt. Ich bin hier gerade auf einer der öffentlichen Toiletten und schaut mal. So hübsche Blumensträußer stehen hier überall. Richtig toll. Wir haben uns gerade umgezogen. Und jetzt mal wie Maria geduscht hat, habe ich bei Get Your Guide einen Tagesausflug nach Marrakesch gebucht. Verlinken wir euch mal hier unten drin, falls ihr auch Marrakesch sehen wollt, keine Lust hat selbst zu fahren. Ein schöner und vor allem auch recht günstiger Tagesausflug. Da nehmen wir euch morgen auf jeden Fall mit und zeigen euch ein bisschen Marrakesch. Und jetzt geht es für uns erstmal ins Café Mauro zum Sundowner. Also wenn ihr das Wunschzimmer bucht bei Robinson, wir können nur den Block D empfehlen. Man hat von dem Balkon oder Terrasse richtig schönen Ausblick mit vielen Bäumen. Und es ist mega ruhig und es gehen keine Leute vorbei, weil es ist ein bisschen abgelegen hier oben. Und wenn man hier ein bisschen geht, also man hat wirklich einen komplett abgeschlossenen Bereich. Und wenn man geht, sieht man auch da hinten noch die Dünen. Schnelldrehung, so sieht das dann aus. Und das ist der Block Drah. Das ist in Casablanca, da gehen die unteren auch. Und auch in dem daneben sind die unteren auch schön. Aber der Hof hier ist richtig, richtig gut. Von der Hof hier ist ein bisschen flach. Und dann kommt ja nicht zuerst ein bisschen in der Stadt. Dann kommt ja nicht. Also kommt ja nicht zuerst ein bisschen. Aber das hat dann ist ja nicht zuerst. Bericht geht jetzt. Oder ich möchte schon mal auf Instagram. Jaguar mit den Mund. Die Angelegenheiten. Ich frage ich das. In der Hand ist wirklich. Wohne ich bin. Und Shisha rauchen kann man ja auch. Heute ist New York, New York. Dementsprechend ist der Eingang ganz im Sinne von Musicals. Heute gibt es Sushi. Heute ist das Nachtischbuffet und es gibt richtig viel mit Kokos und auch mit Mango. Und hier sieht das nachgebackene Banane aus. Es gibt hier auch jeden Abend immer so ein richtig großes Käsebuffet. Und natürlich noch mehr Nachtisch. Hier wird gerade der Satellispiegel mit anderer Salz und Erdnusssoße vorbereitet. Kürbis, Quinoa, sie ist sauer mit Mango und Sesam. Kohle. Lecker, ne? Und heute testen wir mal den roten. Nee, das ist kein Scho. Und früh kannst du wieder kommen. Danke. Danke. Die Katze laufen hier auch beim Essen überall rum. Aber die sind auch ganz lieb. Und sein für mich. Aber Umsatz. Wir haben schon heute Mittag einmal kurz reingeschaut. Aber jetzt geht's richtig los und wir geben uns die Auge zur Musical Show. Es gibt wohl viel Amerika. Herr Robinson, alle hier on stage, einen wunderschönen guten Abend. Good evening, ladies. Schön, dass ihr da seid, volles Haus. So soll es sein, denn wir haben heute Abend eine tolle... Eier, alles Gäste. Tiger is a tiger in notre land. Pfannest, pannest, pannest, pannest. So will I land? Even when I'm happy with you, I'm laughing at me. And now I'm a remiue,ắp mit dem you uncommon. Ich werde jetzt dieorns, die Augen gesperten. Ich werde mich einmal als Gäste auf這樣的 Mal Bolt und ein Geräusch. Ich werde mich freuen, wenn die Augen gesperten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020